In der Tank ist Lovakin, Dragonborn! Flug, Psycho, Drache, Stahl und Fee, eine Doppelresistenz gegen Pflanze und Käfer, sowie eine Immunität gegen Gift- und Bodenattacken. Wirft man einen Blick auf Panzer-Aerons Basiswerte, sieht man als erstes diesen wahnsinnigen Verteidigungswert von 140. Und auch wenn der Rest von Panzer-Aerons Werten jetzt eher unterdurchschnittlich ist, ist durch die Tatsache, dass er nur zwei Schwächen und enorm viele Resistenzen hat, perfekt für ein defensives Pokémon geeignet. Da Panzer-Aerons KP und Spezialverteidigung nicht allzu viel hergeben, würde ich bei ihm eine einseitig-defensive EV-Verteidigung bevorzugen. Wir werfen also alles, was wir haben, in KP und Verteidigung. Die letzten vier wahlweise in Angriff wurde erinnert. Ein pfiffiges Wesen maximiert die Verteidigung und senkt den nutzlosen Spezialangriff. Als Fähigkeit wählt man Robustheit, damit man auch eine spezielle Attacke überlebt, sofern die KV-E voll sind. Im Moveset habe ich hier Bohrschnabel, Stachler, Toxin und Ruheort. Als Item bietet sich ein Beulenhelm an. Bohrschnabel ist Panzer-Aerons Standardattacke zum Draufhauen. Wenn man keine Lust hat, die Attacke drauf zu züchten, kann man hier auch beliebig Eisenschädel oder Stahlflügel spielen. Stachler sorgt dafür, dass reinswitschende Pokémon, sofern sie nicht fliegen oder schweben oder ein Magieschild haben, sofort Schaden bekommen. Die Stacheln lassen sich bis zu dreimal übereinander liegen, um den Schaden so auf bis zu ein Viertel der maximalen KP zu erhöhen. Alternativ hierzu kann man natürlich auch einfach Tarnsteine spielen. Toxin vergiftet den Gegner schwer und sorgt dafür, dass der Gegner nicht ewig auf dem Feld bleiben kann. Ruheort ist eine Attacke für Panzer-Aeron, um sich hoch zu heilen. Seid jedoch vorsichtig, wenn ihr einen langsameren Gegner vor euch habt, da ihr euch mit Ruheort bis zum Ende der Runde eine Kampf- und eine Bodenschwäche gebt. Der Beulenhelm für gegnerische Pokémon, die euch mit ihren Attacken berühren, ein Sechstel ihrer maximalen KP an Schaden zu. Panzer-Aeron ist in eurem Team sowohl die Mauer gegen physische Attacken als auch ein Supporter. Ihr könnt Panzer-Aeron eigentlich in ziemlich jedes physisch angreifende Pokémon werfen, das keinen Feuer- oder Elektrotypen hat. Wenn ihr es mal drin habt, dann könnt ihr entweder damit anfangen, euren Gegner zu toxinieren oder einfach schon mal eine Ladung Stachler herauszulegen. Da ihr Gegner sowieso meistens erstmal auswechselt, weil es einfach zu viele Pokémon gibt, die gegen ein vollfüßig defensives Panzer-Aeron einfach nichts machen können. Damit vergiftet ihr entweder den Switch in oder habt schon mal eine Ladung Stacheln auf dem Feld und könnt Panzer-Aeron anschließend rauswechseln und idealerweise irgendwas reinwerfen, was die Gegner ausbremsen kann. Wiederholt das lustige Wechselspiel einfach so lange, bis die Stachler-Ladungen alle raus sind und spätestens dann wird sich euer Gegner jeden Switch dreimal überlegen, wenn ihr bis dahin aber auch schon die Hälfte eures gegnerischen Teams toxiniert habt, dann habt ihr euren Gegner mehr oder weniger sogar schon in einer Zwickmühle. Bleibt euer Gegner mit seinem physischen Klopper einfach drin, so könnt ihr euch, nachdem ihr den Gegner vergiftet habt, einfach in aller Ruhe mit Ruheort gegenheilen, bis euer Gegner umkippt. Legt in der Zwischenzeit dann einfach ein paar Ladungen Stachler raus und wenn das gegnerische Feld vollgesiftet ist, könnt ihr am Ende auch noch ein wenig mit Borschnabel nachhelfen. Pokémon, die Panzer Ehron gefährlich werden können, sind Mixed Reaper und vor allem, wenn sie Undercover unterwegs sind. Knarkrak ist hierfür ein schönes Beispiel, da es fast ausschließlich wegen Panzer Ehron eine Feuerattacke im Set hat. Und weil es gerade wegen Panzer Ehron eine hat, ist das nicht selten einfach Flammenwurf oder Feuersturm, vor allem weil beide auch locker ausreichen, um ein Xerox oder einen Tentantel zu one-hitten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Lexikon-Folge von Knarkrak. Selbiges gilt für alle anderen physischen Drachen-Pokémon, wenngleich es bei Knarkrak am häufigsten vorkommt, obwohl er ironischerweise von all seinen Kollegen den schwächsten Spezialangriff hat, was jedoch auch nicht mehr gilt, wenn er mal gemegert ist. Ansonsten war es das jetzt aber erstmal von meinem Panzer Ehron und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017